Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, keine Angst, ich werde jetzt keinen Exkurs in das deutsche Steuerrecht halten. Mich hat nur das Beispiel von der Kollegin Rösler so ein bisschen stutzig gemacht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt 2600 brutto. Also den Koch in Mecklenburg-Vorpommern zeige ich mir bitte mal, der 2600 Euro brutto monatlich bekommt. Nein, nein, der 2600 brutto Gehalt gesagt im Monat. Und es gibt keinen Koch, glaube ich, der nicht einen eigenen Laden hat, der das verdient. Also ich kenne keinen Tarifvertrag in Mecklenburg-Vorpommern und ich habe gerade nochmal geguckt und ich habe mir auch einen Tarifvertrag angeguckt, eines nahenhaften, großen Hotels an der Ostseeküste, wo drin steht, nie im Leben 2600. Also wenn mit Beispielen, dann mit Beispielen, die auch in der Realität vorhanden sind. Das macht mich auch nicht stolz. Es gibt aber auch Tarifverträge, wo das verankert worden ist. Das ärgert mich dann auch, dass mit solchen Zahlen hantiert wird, die nicht stimmen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, mit dem vorliegenden Antrag der Fraktion Die Linke wird in Römisch 2 die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene konsequent für eine Abschaffung des Progressionsvorbehalts bei Kurzarbeitergeld Bezug einzusetzen. Hier möchte jetzt Die Linke noch einmal etwas wiederholen, was im Bundestag schon passiert ist. Denn der Bundestag hat sich mit einem Progressionsvorbehalt bei Kurzarbeitergeld Bezug schon mal unterhalten oder vielmehr abgestimmt, beschlossen. Das ist nämlich in der 168. Sitzung des Deutschen Bundesprachs passiert. Das war ein Montag, den 29. Juni 2020. Da gab es mehrere Anträge, auch Entschließungsanträge zu diesem Thema. Es wurde der eine oder andere schon benannt gerade. Und es gibt einfach keine politische Mehrheit dafür. Und das muss man auch anerkennen. Und da kann man auch nicht die Regierung auffordern, vehement mit Wehnen fahren und Sturmgeschützen nach Berlin zu fahren und zu sagen, wir wollen das jetzt aber unbedingt, weil das wichtig ist. Natürlich ist das alles wichtig und richtig. Aber wenn es keine politische Mehrheit dafür gibt momentan, dann muss man auch nicht mit die Wagenburg versuchen zu stürmen. Dann ist das halt erstmal so, dann muss man das auch erstmal akzeptieren. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal andere Meinungen dazu. Und deswegen habe ich gesagt, verkürze ich jetzt mal meine Rede und sage, wir legen Ihren Antrag ab, weil es gibt keine politische Mehrheit momentan. Wenn es die Mehrheit dazu geben würde, auch von meiner Partei, dann würden wir da gerne mitgehen. Und deshalb geht es nicht.